... Setz dich. Hier, hier. Du bleibst hier ganz still sitzen. Das Radio steht hinter dieser Wand. Ich geh jetzt hin und schalte ein. Dann spielt es. Wir werden es beide als einzige hören. Aber wenn ich merke, dass du aufstehst, mache ich es sofort wieder aus. Darf ich es nicht sehen? Auf keinen Fall. Eigentlich darf man es auch nicht hören, wenn man so klein ist. Das ist streng verboten. Aber ich mache bei dir eine Ausnahme. Einverstanden? Was spielt denn Radio? Mal sehen. Weiß ich nicht vorher. Ich muss sie erst anstellen. Es geht los. Guten Abend, meine Damen und Herren in fern und nah. Sie hören jetzt ein Gespräch mit dem englischen Erstminister Sir Winston Churchill. Guten Abend, Sir Winston. Guten Abend, allerseits. Gleich zur ersten Frage. Würden Sie unseren Hörern bitte sagen, wie Sie die augenblickliche Situation einschätzen? Das ist nicht schwer. Ich bin fest überzeugt, dass der ganze Schlamassel bald zu Ende sein wird. Wunderbar. Und wie steht es speziell in der Gegend um Besanika? Gesundheit, Herr Minister. Danke. Danke. Aber zurück zu Ihrer Frage. In der Gegend von Besanika steht es besonders schlecht für die Deutschen. Die Russen schlagen Sie, wie Sie wollen. Besanika ist schon längst in Ihrer Hand. Sie marschieren bereits auf Pri. Ach, da werden unsere Hörer sehr zufrieden sein, wenn es nicht eben Deutsche sind. Sir Winston, ich bedanke mich für das aufschlussreiche Gespräch. Bitte, bitte. Das, meine Damen und Herren, war das Interview mit dem englischen ersten Minister. Auf Wiedersehen. Hat es dir gefallen? Ja. Aber es ist doch noch nicht zu Ende. Was denn sonst? Ich möchte mehr hören. Bitte. Bitte, bitte noch was.